Seit einiger Zeit unterstütze ich Wasser für Wasser. Denn jeder Mensch hat recht auf sauberes Wasser. Ich freue mich, pünktlich auf den Sommer wieder in mein Lieblingsrestaurant zu gehen. Mit meinem Besuch in einem WFW-Restaurant habe ich nicht nur ein tolles Erlebnis für mich, sondern mache auch noch etwas Gutes für andere. Mit jeder Karaffe Leitungswasser ermögliche ich so superes Wasser in Sambia und Mozambique.